Hallo und herzlich willkommen hier auf dem MovieMovies Channel. Wir sind hier gerade in einer Location. In dem Set stehen wir gerade und Max hinter der Kamera wird mit uns heute hier mit der neuen Z-Cam das Ganze begleiten. Wir testen heute mal mit Probleme das Ganze aus und mal gucken, mal, ob alles gut geht. Also bleibt dabei, wenn es euch interessiert, ob der eine Regulierung läuft. Okay, ich laufe. Geil. Jetzt mach ich fisch. Egal. Ja, laufe. Ja, sah gerade aus. Ja, sah gerade aus. Was geht das denn? Was geht das denn? Untertitelung des ZDF, 2020